Die Aussicht auf weiterhin frisches Kapital von der EZB sowie wenig Neuigkeiten von der Zinsfront aus den USA, das waren die Zutaten, die dem DAX den stärksten Monat seit 2009 beschert haben. Ein Plus von rund 12% hat der DAX im Oktober aufs Parkett gelegt. Und damit herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag24 präsentiert von Trading212. Ja, so kann es gerne weitergehen mit der Jahresendrallye. Ob das allerdings so kommen wird, das steht momentan natürlich noch in den Sternen, denn auch in der kommenden Handelswoche gibt es weitere Quartalsberichte von den DAX-Unternehmen. Daneben gibt es auch eine ganze Reihe Konjunkturdaten und natürlich den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Schauen wir mal, was es davor noch gibt. Hier eine kleine Zusammenfassung an den Konjunkturdaten, die wir in der kommenden Handelswoche erwarten. Am Montag 9.55 Uhr aus Deutschland der Einkaufsmanager-Index für Oktober. Um 10 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index für die Eurozone für Oktober. 16 Uhr aus dem USA-ASM-Index für Oktober. Mittwoch dann 9.55 Uhr aus Deutschland der Dienstleistungs-Index für Oktober. 10 Uhr das auf EU-Basis der Einkaufsmanager-Index, also für die Eurozone für Oktober. 14.15 Uhr am Mittwoch, der wird schon ein bisschen interessanter. Da gibt es den ersten Vorboten auf die Non-Farm-Payrolls. Da gibt es nämlich dann den ADP-Arbeitsmarktbericht. Und Donnerstag um 14.30 Uhr gibt es dann Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis aus den USA. Und Freitag, Freitag ist es dann soweit. Dann gibt es den Arbeitsmarktbericht aus den USA, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Schauen wir mal, wie der DAX für die kommende Handelswoche positioniert ist. Zunächst einmal im Tagesschart sehen wir, dass in der abgelaufenen Handelswoche nach dieser starken Rallye hier über die Marke von 10.512 Zähler nicht mehr allzu viel passiert ist. Widerstandsziel auf der Oberseite bleibt erstmal die Marke von 11.052 Zähler. Zwar war die letzte Woche etwas langweilig, aber hier im Stundenchart, wenn wir da mal schauen, dann sehen wir, dass der DAX momentan in so eine Range hier verläuft. Auf der Unterseite 10.691 Zähler, Oberseite hier der Bereich 10.863 Zähler. Der wurde am Donnerstag nach dem Zinsentscheid vom Mittwochabendvormittag kurz mal eben nach oben überstiegen. Hier mit einem Wochenhoch bei 10.887 Zähler, aber eben per Stunde Schlusskursbasis sind wir hier nicht nach oben rausgekommen. Dennoch sehen wir hier mit der grünen Linie eine leicht aufwärts steigende Tendenz. Sollte es der DAX dann zum Wochenauftakt schaffen, nachhaltig über dieses Wochenhoch bei 10.887 Zähler nach oben rauszulaufen, dann wäre das charttechnische Kursziel, wie gerade besprochen, hier erstmal bei 11.052. Zieht die Rallye dann weiter nach oben an. Weiteres charttechnisches Kursziel auf der Oberseite hier bei 11.141 Zähler. Auf der Unterseite, da haben wir jetzt, wie gerade besprochen, die Marke 10.691 Zähler. Da laufen wir hier per Stunden Schlusskursbasis nachhaltig nach unten durch. Dann können wir nochmal ein bisschen Korrektur bekommen, sogar bis in den Bereich von 10.482 Zähler. Auch da noch mal eine wichtige Unterstützung. Und der Aufwärtstrend, der hier noch weiter eingezeichnet ist, die Aufwärtstrendlinie, wäre dann damit auch weiterhin noch intakt. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, einen positiven Start in die neue Handelswoche. Noch weitere Analysevideos, wie immer auf handelstag24.com. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.